In diesem Erklärvideo zeige ich euch, wie ihr einen Block in Rockwell anlegt und richtig konfigurieren könnt, damit später die Züge automatisch von Block zu Block fahren können. Wie Rückmelder, Signale und mehr eingestellt werden, findet ihr in vielen weiteren Erklärvideos. Zu Beginn müsst ihr also ein bzw. mehrere Blöcke zum Rockwell-Gleisplan hinzufügen. Dafür geht ihr unter dem Reiter Gleisplan auf Plan bearbeiten. Im neuen Fenster Symbole hinzufügen gibt es unter Block die verschiedenen Blockarten. Wir befassen uns jetzt aber mit dem normalen Block. Dieser kann einfach mittels Drag & Drop an die richtige Stelle gesetzt werden. Falls nicht so viel Platz vorhanden ist, gibt es etwas weiter unten auch das kleinere Block-Symbol. Wichtig ist aber, dass ihr mindestens jeweils zwei Rückmelder pro Block in eurem Gleisplan habt, damit später der Computer weiß, ab wann er bremsen muss und wo er zum Stehen kommen soll. Rockwell kann nämlich ausrechnen, wie lang der Zug vom einfahrenden Rückmelder bis zum Halt braucht und dann stufenweise vorbildgerecht abbremsen. Denn damit spart man sich aufwendige Bremsmodule und kann im Dreileiterbereich auch rückwärts fahren. Ja und jetzt verlassen wir wieder die Bearbeitung des Gleisplans mit dem Klicken auf den Reiter Gleisplan und dann Bedienung. Um jetzt einen Block einzurichten, öffnet ihr das Kontextmenü. Das funktioniert mit einem einfachen Klicken der rechten Maustaste. Unter Eigenschaften kommen wir in die Einstellungen. Unter Kennung tragt ihr dann den Namen des Blocks ein, zum Beispiel Block 1. Eine wichtige Konfiguration ist die Elektrifizierung. Nur dann können auch Elektro-Lokomotiven in diesen Block einfahren. Darunter ist auch nochmal die Einstellung für ein kleines Symbol. Da der Block hier in einem Prellbock endet, ist es wichtig, dass alle Lokomotiven ihre Richtung wechseln, damit sie wieder zurückfahren können. Dazu wird der Eintrag von Richtungswechsel erlauben auf Kopfbahnhof geändert. Für die gerade angesprochene, vorbildgerechte Abbremsung muss die Einstellung BBT aktiviert werden. Erst damit braucht man keine aufwendig verkabelten Bremsmodule mehr. Auch die Lok muss entsprechend angepasst werden. Dazu aber findet ihr ein anderes Erklärvideo. Unter Länge könnt ihr jetzt die maximale Länge eintragen, die ein Zug haben darf, damit er in diesen Abschnitt auf der Modellbahn passt. Am besten gebt ihr grundsätzlich alle Angaben in Millimetern an. Diese Einstellung ist allerdings optional und muss nicht zwangsläufig eingestellt werden. Aber gerade, wenn man viele verschiedene Zuglängen fährt oder mehrere Züge hintereinander in einem sogenannten Aufstellblock abstellen möchtet, wird diese Angabe benötigt. Auch kann obendrüber die Bahnsteig- bzw. Gleisnummer eingetragen werden. Diese wird dann neben dem Blocknamen angezeigt. Unter dem Reiter Signale können dann die passenden Signale dem Block zugewiesen werden. Wichtig hier ist, die Seite zu beachten. Die Plus-Seite eines Blocks wird im Gleisplan angezeigt. Hier ist dann ein kleines Plus-Symbol zu finden. Das heißt, die Minus-Seite ist die entgegengesetzte. Also diese hier. Hier steht auch ein Signal. Das heißt, dieses tragen wir jetzt unter dem Punkt Minus-Seiten-Signal als Signal ein. Vorsignale können direkt darunter eingetragen werden. Im Reiter Einzelheiten ist dann die Aufenthaltsdauer einzustellen. Natürlich nur, sofern der Zug einen nächsten freien Block anfahren kann. Sonst wird er auch noch länger im Block warten. Wenn der Wartentyp auf Zufall steht, kann ein Bereich eingetragen werden, den der Zug mindestens und maximal warten soll. Bei Steigung könnt ihr einstellen, ob der Block beispielsweise in einer Bergauffahrt positioniert ist. Auch kann die Geschwindigkeit den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden. So kann man bei einer zu hohen Steigung einstellen, dass der Zug schneller, also mit Max-Geschwindigkeit, ankommen soll. Oder in einem Bahnbetriebswerk sollen die Züge mit der Min-Geschwindigkeit abfahren. Auch die Einstellung des Typs im unteren Bereich ist sehr interessant. Hier gibt es jeweils drei Optionen. Ein Haken heißt, der Zug darf und soll hier entlangfahren. Ein Strich heißt, der Zug darf und soll hier entlangfahren. Allerdings soll er möglichst nicht halten. Das macht vor allem im Bahnhofsbereich Sinn. Diese sollen möglichst nicht am Bahnsteig halten. Der wohl wichtigste Teil ist der Reiter Fahrstraße. Wie bei den Signalen wird hier auch die Plus- und Minusseite unterschieden. Bei diesem Block hier gibt es zum Beispiel nur die Möglichkeit, von der linken Seite einzufahren. Die Plus-Seite wird also nicht benötigt. Nach dem Auswählen der richtigen Seite kann man unter Ereignis die passende Option auswählen. Der einfahrende Rückmelder wird mit Enter benannt. Der Rückmelder, der den Zug zum Stillstand bringen soll, wird In genannt. Der Enter-Melder ist also dieser hier und heißt K2. Der Innenmelder ist hier links neben dem Block und heißt K1. Wenn die andere Seite auch angefahren werden kann, wird diese ebenfalls nach diesem Schema eingestellt. Ergänzend zum Reiter Einzelheiten ist der Reiter Berechtigung. Hier können, wenn vorhanden, die zugelassenen oder ausgenommenen Lokomotiven ausgewählt werden. Wenn nichts eingetragen wird, dürfen alle Züge diesen Block befahren. Es sei denn, ihr tragt unter Typ gewisse Zuggattungen ein. Dann berücksichtigt Rockwell auch noch diese Einstellung. Auch kann nach Antriebsart eine Berechtigung verteilt werden. So kann man bei einem Gleis, an dem eine Wasserstofftankstelle steht, nur die Antriebsart Wasserstoff zulassen. Ja und jetzt fehlen eigentlich noch die Fahrstraßen, die Rockwell aber erst analysieren muss, um dann die Modelleisenbahn vollautomatisch steuern zu können. Wie ihr noch Weichen, Signale und Fahrstraßen einstellen und Lokomotiven anlegen könnt, zeige ich euch in vielen weiteren Erklärvideos. Viel Spaß beim Nachprogrammieren. Ich freue mich über ein Abo und eure Kommentare hier unterm Video. Ich freue mich über ein Abo und eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich über ein Abo und eure Aufmerksamkeit.